Herzlich Willkommen Leute, hier ist euer Game of Thrones und heute zu einem kleinen Video von Let's Play Minecraft Adventure Map Und wir spielen die Adventure Map HJC V13.0.13 Am Time Modus Also, bin ich nicht in hier gelandet Soll ich jetzt mal den Anfang suchen Naja, gib mir das mal Time-Day-Ring sieht sich jetzt mal aus LOL So, mal gucken wo ich hin muss Na ne, da schluckt ganz verkehrt Geht doch noch Jetzt muss ich erstmal den Start anfangen bzw. den Anfang suchen Ähm, ich lauf mal da lang Ich weiß ja noch wie das letzte Mal wieder aussah Und Und Ah, da vorne war man schon Ja, jetzt habe ich schon vier Teile angefangen Ne, das hier ist mein vierter Und beim ersten habe ich nichts gehört Beim zweiten habe ich Vollbildmodus gemacht Also das ist schwarz wird Ich zeig wahrscheinlich Dass es so wurde Und beim letzten Teil habe ich wieder vergessen Mein Ton anzuschalten Ähm, ich schau grad mal, ob ich den angeschaltet hab Ja Und Ich hoffe euch wird das gefallen Aber dann fangen wir an Aber die ersten vier, fünf Sprünge sind schon einf... Die ersten drei Sprünge sind einfach Die sind Eigentlich Die kann eigentlich jeder Minecraft-Spieler machen Ohne da so runterfällt Also wenn ich hier runterfalle, ist schon bitter So Ab hier wird schon etwas schwieriger Ähm, diese Adventure Map Die habe ich schon seit Zwei Wochen angefangen Aber ich habe jedes Mal irgendwie Bei der Aufnahme ein kleines Fail gebracht Und Manchmal habe ich sogar... Guck, hier War echt ein Fehler Vergessen W Doppel W zu drücken Weil es da steht Dann Press W to Sprint Oh, jetzt habe ich vergessen zu springen Super, was bin ich für ein Bock, Alter Und ich frage mich, wie lange der hier Für diese Adventure Map gebraucht habe Wenn ich schon Also ich habe auch schon eine rausgebracht Aber Äh, was heißt rausgebracht Ich habe auch schon eine angefangen Aber Ich war bis jetzt noch nicht Keine Gelegenheit gehabt, sie hochzuladen Also was bin ich gerade von low Und Ganz ehrlich Ich weiß auch nicht, ob die gut wird Ich denke, die ist eher scheiße Eine Selbstgebaute Ist meistens immer die Die am behindertsten ist Und hier ist der lang Da runter Leck war das eng So Hier Da hat der Entwickler einen kleinen Fehler gemacht Er hat die Zurück Jawohl Vergeklappt Ähm Er hat zweimal die gleiche Schallplatte Ich weiß nicht, ob es dreimal vorgekommen ist Ähm In so eine Kiste gesteckt Ähm Und das war ganz klar Und Das Ich weiß nicht, ob das absicht oder Ähm Unabsichtlich Toll Ja Ich glaube die Adventure App hier Die hat einer nachgemacht Also Genutzt und da hat sie umgebaut Weil Weil Das Wasser War mal frei Da bin ich immer reingefallen Wo ich sie früher gespielt hab Ja So was nennt man Kleine Schwester Hier bin ich jetzt wieder auf der anderen Seite Das hier Das hier Das ist eigentlich ein sinnloses Level Was ich Endlich Finde Aber Lol Ähm Klar Mach noch nen Fehler Scheiß Minecraft Oh Mann wie ich das hasse So Jetzt hab ich endlich diesen behinderten Teil hinter mir Zack 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 Och LOL Fehler von der Adventure Map Ich weiß jetzt aber überhaupt gar nicht wo ich hin muss Doch nein Ich hoffe das ist der richtige Ding Jawohl Nein Hä Muss ich da vielleicht hin Ah ja hier Toll Ey Minecraft ist gerade so behindert Alter Ohne Scheiß So Jetzt kommen wir zu dem Teil wo ich früher die ganze Zeit bei dem Ecksprung hier bei dem da total verschissen hab Da das war jetzt grad Pech für mich aber Es soll halt immer Time Day bleiben Und das da Die da Die ist zum Katzen Die ist sowas von zum Katzen Bei der hab ich Bei einem Part Also beim ersten und zweiten war's Habe ich Sieben Minuten Ne acht Minuten lang Also aufgerundert acht Minuten lang Warum fehl ich bei dem Sprung jetzt die ganze Zeit Bei acht Minuten lang bei der Challenge da oben Bin ich hängen geblieben Da hab ich ein kleines Cut gemacht Hab nicht gecheatet Ich hätt's sogar aufnehmen sollen Und Was ich zwar nicht konnte weil ich nur ein Aufnahmegerät hat Und Ja endlich Und Jawohl Jawohl So Und da hab ich sieben Minuten lang gebraucht So wie ich jetzt für dieses diesen Part hier brauche Also insgesamt LOL Sprung der dann nicht hier bis zum Kotzen Jetzt muss ich da Nein da hoch Bei dem Part hab ich im letzten Part Also in dem Nein Ach komm Scheiß doch die Wand an Ohne Witz Ich hab die Tür Jawohl die ist geöffnet Ohneee So ich versuch das jetzt noch einmal Also ich bin Mach soweit bis ich zu diesen Lampen da komme Und dann Probier ich die Lampen einmal Und dann Ja Ja Fail So ich mach das jetzt hier in einem durch Ist jetzt egal Ähm ich könnte mir auch gern vor Leader vorschlagen die ich Im Hintergrund Leise laufen lasse Und Damit sie das nicht so langweilig anhört Den hier kann ich jetzt Äh fang ich doch mal an Ja schau Schon verfehlt Ich geh jetzt da hoch Und dann ist der Part zu Ende Ich hoffe euch hat's gefallen Und Jo Leute Haut rein Euer Gamebefehl